Was ist eine Laserwasserwaage und wie funktioniert sie? Eine Laserwasserwaage sieht im ersten Moment oft gleich wie eine normale Wasserwaage aus, hat aber einen integrierten Laser. Der Laser kann verschiedene Funktionen abdecken. Es gibt Laserwasserwagen, die einen Laserpunkt oder aber auch eine ganze Laserlinie oder ein Lasserkreuz projizieren können. Was unterscheidet eine Laserwasserwaage von einer normalen Wasserwaage? Eine normale Wasserwaage ist meist ein ganzes Stück länger als eine Laserwasserwaage. Das macht Sinn, da man möglichst viel Auflagefläche benötigt, um vor allem lange Gegenstände ins Wasser zu bringen. Was kann ich mit einer Laserwasserwaage machen? Mit einer Laserwasserwaage kannst du zum Beispiel eine klassische horizontale oder vertikale Prüfung über die Libellen vornehmen. Dazu hältst du einfach die Wasserwaage an das Objekt und prüfst dessen Ausrichtung über die Luftblasen in den Libellen. Was kostet eine Laserwasserwaage? Eine einfache Laserwasserwaage kannst du bereits ab ca. 10 Euro kaufen. Professionellere Geräte können aber auch mehrere 100 Euro kosten. Extrakosten können gegebenenfalls durch ein benötigtes Stativ anfallen. Wo kann ich eine Laserwasserwaage kaufen? Laserwasserwagen sowie eventuell benötigtes Zubehör kannst du offline sowie online kaufen. Welche Alternativen gibt es zur Laserwasserwaage? Die einfachste Alternative ist hier natürlich die klassische Wasserwaage mit Libellen. Für eine schnelle und einfache Überprüfung ist auch oftmals eine normale Wasserwaage ausreichen. Deshalb führen wir diese hier ebenfalls als Alternative auf. Was zeichnet eine Laserwasserwaage ohne Stativ aus und was sind ihre Vorteile und Nachteile? Laserwasserwagen ohne Stativ werden in der Regel mit einer Wandhalterung verwendet. Die Wandhalterung wird in den meisten Fällen an die Wand gebindt, kann aber auch mit einem Klee-P-Band fixiert werden und ist mit einer Magnetplatte versehen. Was zeichnet eine Laserwasserwaage mit Stativ aus und was sind ihre Vorteile und Nachteile? Laserwasserwagen mit einem Stativ können sehr genau positioniert werden und lassen dadurch eine sehr präzise Feinjustierung zu. Sie sind in der Regel genauer und bieten durch das Stativ die Möglichkeit in einem 360-Grad-Bereich zu arbeiten. Das Stativ ist in der Höhe verstellbar und leicht durch den Raum zu bewegen. Ist der Laser einer Laserwasserwaage gefährlich? Das Arbeiten mit einer Laserwasserwaage ist grundsätzlich nicht gefährlich, wenn die Sicherheitshinweise beachtet werden.